Musik Ja, aber nie. Wieso doch auf der Spur hier? Nee, der ist halt da hinten. Was? Nein. Keine Ahnung. Was für Spinner. Aufgeschichte die Blüte. Sie schien in Gedanken versucht zu sein. Ob seine Schwester dachte. Oder an Elster Pelleren. Bestimmt hatte Géraldine angenommen, Mama Carlotta bequem mich davon nicht, wie sie den großen Einbauschrank öffnete, der die gesamte Aus... ... ... ... ... ... Schwer, Bruder! Alter! Hä? Hä, KW? Digga! Ach du Scheiße! Ey, das ist nicht mal normal! Lübeke zum Beispiel war auffällig leer der Tisch. Und andere haben noch nicht so zusammen gestanden. Oh ja, das ist doch gut! Das war's für heute. 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 Das war's für heute.